herzlich willkommen zu einer neuen folge hunt showdown heute gibt es wieder zwei runden das wird ein etwas längeres video ich habe gedacht gestern kam gar keins ich bin leider nicht dazu gekommen ein zug zu laden aber dafür wird das video heute etwas länger es sind wieder zwei runden in der ersten runde habe ich mal den bogen gespielt und das erste mal halbwegs erfolgreich im bogen gespielt ja ich fand die runde war ziemlich cool auch eine ganz besondere situation dabei wenn ihr seht werdet ihr wissen was ich meine ich will euch jetzt nicht spoilern und die zweite runde das war ja wie soll ich sagen anstrengend ja wenn man jemanden über die ganze map jagen muss weil der sich so viel bewegt also es war sehr sehr gut gespielt so ich fand sowohl von unseren gegnern als auch von uns wer aber am schluss den sieg davon trägt das seht ihr in der runde das will ich euch natürlich auch nicht verraten und lange rede kurzer sinn ich wünsche euch ganz viel spaß bei dem video und jetzt geht's los hast du dringend geguckt ob da eine kasse ist das so kommt schon gehört naja schön 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 den clou hat noch keiner eingesammelt gut holt nur mal den clou da mache ich ja wo ist denn der clou ich dachte weil du in der ecke warst du gehst hin ich habe ehrlich gesagt nur hives und armorts getötet so ein weg und so ach quatsch so wo sind da war doch unten oder ja der gepanzerte ach der ist hier draußen auf einmal so können wir ziegelei gehen schloppt vor kriegen war keine 2 doch Willst du mich verarschen? Du kriegst es hin? Ja. Mit dem einen Grunt? Ja, 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 ja. Okay, Schüsse vor uns. Das ist also richtig dumm einfach. Weil der rennt halt weg und ich renne ihn einfach nicht. Sollten wir die Hunde hinter uns machen. Hast du noch den gepackt? Ja. Moment. Wow. Achso, ich dachte... Fuck, sorry. Ich lass' jetzt noch mal durchgehen. Ja, aber der Park noch mal so zwei... Oh, hier sind... Fakt ein XP. Nee, haben sie XP, sorry. Nimm ich auch. Ich dachte halt, wenn ich jetzt einmal nur... Ich hab ja nur einen leichten Schlag gemacht, das ist noch okay. Naja, die Wurfwax kann den ja one-hitten, wenn man gut trifft. Aber doch nicht den mit Stab auch was. Echt, ich hab noch keine Stab auch in den Gericht mit dem Wurfwax mit einer zu töten. Ja, siehst du mir, wie schlecht du bist. Hier sind übrigens, äh, Special Ember. Ich glaub, ein, zwei Pfeile fehlen mir. Gut. Na, wollt ja vielleicht CL-Lumber sein, ne? Oder doch im Vor. Wenn's vorgehen soll. Das wär schon ein bisschen lustig, ne? Ne, vor uns wird geschossen. Was noch schlecht? Hä? Was noch schlecht? Naja, das war ja jetzt, äh... Der hat mir die Schulter zu mir gestanden. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ich will jetzt nicht hier die Waben ausstecken. Ja. Hi. Es ist wie immer. Wir... Ah, ich wollte schon sagen. Wir kommen und es ist wo. Aber das ist wo. Jetzt nur die Frage, PvP oder Boss? Ich denke, eher Boss. Tür ist hier auf. Weil der Shotgun mit... Dips, hier läuft einer. Wo? Hier, auf. Moment. 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 Ich helf hier sofort. Ah. Na ja, ich hab ja Zeit. Hier dahinter? Ja, hab's gesehen. Und obendran einer. Lass mal den einen versuchen erst. Ist mir sonst zu riskant. Da hinten dran? Ja, ich muss dich grad mal heilen. Wo oben drin? In dem anderen Haus? Ja. Aber kann auch natürlich sich schon wieder auf ein Ort haben. Hier ist ein Muni. Ich brauch noch nix. Direkt hier. Links bei mir. Ja, ich falle nach. Mich hier hinten. Du warst bei dir unten jetzt. Ja, ja, ja. Ich bin da. Oh, bei mir. Hier. Hat nen Hit. Hab eine. Schön. Das war die in Weiß, gell? Super. Gute gleich. Ah, hier ist bestimmt was ein Manns hinten drin. Hat die dabei. Romero, ja. Machst du? Da vorne kommt der nächste. Ja. Du musst mich grad noch heilen. Sei mal ruhig. Ja. Geh'n auf den. Hab einen. Schön. Hans hat noch vom... ...Kombauern ausgeschossen. Hi. Servus. Hm. Vom Kompauern aus. Hast du noch irgendwas zum Verbrennen gesehen? Ja. Also ich bin jetzt auch hier. Mhm. Ähm. Also da... ...steht eine Latane drauf. Naja. Hallo. Würdest du hier mitnehmen? Danke. Kann natürlich sein. Das war nur zwei sind, ne? Weil ihr brennt da auch noch. Das ist ja gesagt, vom Kombauern hat alle dann geschossen. Ja, es kann natürlich sein, dass der jetzt mittlerweile sich hier bewegt hat, da hier liegt. Ach das... Das... Das der das war... Ja. Der Clou ist sein. Der Clou ist weiß. Äh, brauchst du noch ne Giftspritze? Ich hab noch 20 Minuten, hab eine geht. Na, kannst du mir gerne eine geben. Ja. Ja. Der Boss ist nett hier. Was redest du schon wieder? Ich dachte, ich hab's gehört. Okay, sorry. Komm her. Vielen Dank. Achso, ne. Hab ich schon genommen die Muni? Ja, ich auch. Okay. Ja, und im Vorrack geht's dann ab. Ach ja. Na, jetzt hab ich auch mal Bogen-Kills gemacht. Ist doch schön. Wie war das? Hm. Im Vorrack kriegen wir bestimmt hier nicht einen. Clou. Nur einen. So gesehen hattest du ja sogar recht. Weißt du? Wir hätten ja wirklich nur einen aufnehmen können. Oh, das andere Team ist ja schon raus. Ja. Ich glaub, die hat noch einmal gewechselt sogar. Also ist da auch ein Team. Da wird aber noch geschossen. Das ist ja das letzte sein. Jaja, ich weiß. Wolltest du nur sagen. Wann ist irgendwo eine Hive bei mir? Kommst du oder soll ich die machen? Ja. Bin da, bin da, bin da. Ah, da läuft ich schon vorbei. Ich wusste doch, dass hier ein Versorgungswagen ist. So. Natürlich. Ja, ja klar. Ein Messer dabei. Wenn du Heilung brauchst, da hätten wir ein Versorgungswagen sein. Hm. Ich wollte nur kurz Hallo sagen, weil wir gerade noch abwarten, ob ihr noch am Feinden seid. Äh, ich stock jetzt eine Runde mit Konstantin. Ja. Je nachdem wie es geht, vielleicht dann nochmal... Äh, zu dritt. Oder so. Juhu. Danke. Euch auch. Danke. So. Ist er schon weg? Ja. Alter. Die Fotzen kommen geschrieben. Was ist da drin? Geht's noch? Was? War wohl zu weit weg. Der Typ hat gerade weggeschrieben die Fotzen. Hier. Ja. Gut. Alter. Was soll denn das? Was soll denn das? Machen wir die jetzt fertig? Ich hab dir gesagt Shotgun, ne? Also. Mhm. Auf Range hab ich auch nur ne Springfield. Gut. Hat natürlich ne Axt. Ne, Bogen war's. Am... Dings. Ähm. Da saß unten an dem Fenster und da... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Da hat verkackt, ne? Hat nochmal verkackt. Oh, ich hasse diese kurze Springfield. Die wackelt so rum. Dings. hörhMm. Das. Was ist ein Neckere Motik leader. Neeh. Sieht nicht aus. Schwendi's aus als Vielen Dank. Was ist das? Du hast doch einen Hype-Pump dabei, oder? Ja. Ähm, vielleicht findest du die da unten reinwerfen und mich dann aufstellen. Okay. Und jetzt erst recht. Ja. Was? Ich glaube, wir stehen einfach nur da oben auf dem Fenster. Wo unten? Na, oder? Da? Ja. Hast recht. Vertraut mich. Scheiße. Oha! Oha! Heil dich, heil dich, heil dich. Du blutest. Ja? Schade. Ich hab mir gedacht, der kommt schneller um die Ecke. Oh man! Ja da. Oh man, das ist ein schöner Kopfschuss, Toshiba. Oh man. Ja, ich hab mir gedacht, der kommt ein bisschen schneller um die Ecke. Ja. Deswegen hab ich sie früh losgelassen. Du kannst halt genau richtig geteilt eigentlich. Mhm. Aber ich glaub nicht, dass es absich war. Der hat einfach nur Glück. Oh. Okay. Sollen wir direkt zu Lawson durchlaufen? Muss ich erst mal gucken, wie man mit der Armbrust schießt. Barsicht, da sind Hände, da vorne. Also der Bolzen, äh, hat nen Bullet Drop. Ja, das weiß ich. Und fliegt halt relativ langsam. Aber du One-Hit ist auf kurze, äh, bis circa 25 Meter. Und die Pfeile kann ich wieder einsammeln, gell? Ja. Ist quasi wieder Bogen. Oh, sind meine Rahmen? Mit Verzeichen hier. Ausnahmsweise. Solange du unter 50 Stunden hast, verzeihen wir uns. Okay, äh, ich bin nach der Runde raus. Bitte was? Ich bin nach der Runde raus, spiel nicht mehr ab. Nie wieder, nie wieder jetzt. Oh wow, natürlich gibt's hier nur einen. Ja, ich hab gerade einen Hive gekillt oder so. Ja. Ja. Ja, ich hab gerade einen Hive gekillt oder so. Sollen wir aden gehen? Da läuft doch keiner. Da ist noch ein Hive, ja. Ah ne. Was? Ein Pfeil ist einfach verschwunden. Ich brauche Hilfe. Komm her, komm her, komm her. Moment, da kommt erstmal ein. Ja, ich hab genau das gleiche Problem. Imulator zu mir. Aua, jetzt gehst du. Ja, da hab ich für die Masse Zeit gelassen. Da vorne ist ein Hive. Ja, ich hab hier noch einen gepanserten, immer ich schnell. Dann komm ich. Mhm. Also Richtung, ähm, Feedback. Hive. Ach ja, ich seh. Man kriegt gerade hier auch nur Punkte, wenn man gerade mit der... Boah, das kann doch nicht wahr sein. Ja, du musst mit dem Bogen töten oder mit der Axt halt. Okay. Also Axt halt die gepanzerten und... Bogen die Hives. Bogen die Hives. Na, da wird auch schon geschossen. War das ein Nitro? Ne. 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 Ne Lebelle oder Ne Mosin sein. Aber ne, das war so. Das ist ne Shotgun. Norm. Kommt ihr? Ja. Oh ja. Mit dem Besten zigs mehr aufstecken. Hier ist Geld. Das hat doch noch kein Gefängnis-Moodie-Dingung. Ja. Ne, ne, ne. Ja, warte. Wir kommen auf dem Feld. Oh Gott. Ja, Hive und immer later. Ich muss mal kurz reden. Ja, jetzt kann ich jetzt nicht machen, weil ich bin grad zu einem anderen. Da ist einfach gestorben. Mach mal bitte den Hive da vorne. Danke. Hier im Feld ist einer. Mhm. Läuft hier vorne. Er hat auch grad sein Maid wiederbelebt. Er hat auch grad sein Maid wiederbelebt. Er hat auch gerade sein Maid wiederbelebt. Er hat vielleicht die G oder die Ecke. Der Beren hat ja, mir ist er. Er ist hier vorne, oder? Ja, hier vorne. noch. Ja. Wieso war das kein Treffer? Hat ein Hit. Noch ein Hit. Danke. Einer down. Aber die sind ja von da vorne oder irgendwo. Da ist auch einer gestorben. Jupp. Hier wo war denn das? Ach hier vorne. Oder? Bisschen niemanden. Ja. Ähm. Ein Sniper. Ich glaub hier im Turm oder so. Ich hab den Schuss gehört. 137 Meter von mir aus. Also sehr weit weg. Ja. Ich könnte es höchstens versuchen mich aufzustellen, wenn du hinter den Strohballen bleibst. Dürfte er mich eigentlich nicht direkt sehen. Oder dich. Nee, nicht so weit raus. Genau. Na, ich hab halt versucht den zu looten. Deswegen. Danke. Bitteschön. Bin ich hier auch noch irgendwo ne Leiche? Ich weiß nicht. ja warum man da an dem gebäude ist ich auch noch eine leiche und der typ ist im gebäude hier hinten drin gerade hinten dran ist also irgendwo trotzdem nämlich doch gegner hat direkt direkt unter mir ist es ist bei dem gebäude hier rein zu gehen da ist einer trainer ja natürlich er hat ein hit könnten one hitten wenn ihr trefft hat sich geheilt ach der hat ein bounty okay ich habe eben schon gedacht was zur hölle war das reaktion steht mal auf ja noch zwei stück ich habe ich habe eine laterne jetzt sind jetzt auf alle fälle an habt ihr beide gelutet ich habe nicht aber ich brauche nicht die ungesamten heilung wenn ihr braucht ja ich brauche unbedingt will jemand die die nehmt bitte schnell ich will den verbrennen ich will die deutschen ja dann nehme ich die deutsch ja nimm du die deutsch genau ja für die drei habe ich halt ja ja was habt ihr kann ich jetzt ja kannst ich mache jetzt was das kann ich habe von uns also ja ich auch auch geheilung unten ja 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 drei leute im süden südwesten drei ja also ein team halt noch ach da hat nur einer aufgehoben ja von von denen hat jetzt noch einer aufgehoben ja also das bounty war ja ich hatte ja nur der kein anderer die tür wieder zugemacht soll ich aufmachen weiß ich noch nicht ja ich mach auf für euch ne 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 ich bleib draußen ne mach ich mir nur zu ja wollt ihr jetzt da drin hocken bleiben ne ich würd weiter gehen ja aber die sind ja im süd die haben auch wie gesagt da hat ja einer auf den sniper ne die muss ihn hier liegt ne sparks wo liegt denn der typ warte 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 die würde ich mir nehmen zum munition äh ja aufhören halt grad den typ dazu vielleicht ist das bug sie da rumliegt boah was ja wie gesagt da ist der sniper ja ne die liegt ja nicht so random die liegt so ganz komisch da im raum wo aber krass alter wieder ein schuss so naja du hast ja schon lohn dann reicht die die musik aus weißt du ist schon mal gestorben na klar aber ja ach ja stimmt ja dann reicht ein schuss aus jetzt quasi so ein großer balken von der p50 oder was ja die kleinen 25 dann mhm ja die hocken da alle die haben wahrscheinlich alle sniper dabei so wie sie alle da hinten hocken ja das einzige was wir jetzt machen können ist versuchen durch den wald über deckung an die rand zu kommen lange am gebäude erstmal oder die sehen hier unsere blitze also ja eben es geht nur drum dass wir deckung haben und nicht übers offene feld laufen wir sind alle one hit da wird ja auch was sagen wir macht schank über einen riesigen bogen mal um die rum lassen wir noch hinterm plüssen lang gehen weil hier vorne ist ja dann auf straße sehen sie ja aber ja aber trotzdem das haben wir mehr deckung weiß doch ja hier ist dann auch offenes hell und wir müssten über die straße die angreifen wollen und vielleicht schüttelt die das ja so hat dass sie ihre position verlassen dass wir das denken wir haben ab oder so weißt du ich laufe dir jetzt einfach hinterher und sagt du wirst schuld hat es geklappt ja wie immer halt genau das ist so mein plan jetzt ja 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 dann sag ich du hast dich noch nicht an den plan gehalten ja 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 jetzt steht auch wahrscheinlich nicht mehr runter die im gefängnis ist einer hier oben drin im tor guck mal bitte aber ja dass man mir also das denn von in dem vorgebäude ja also doch da oben okay ja da ist doch einer du hast das geworfen hast du ihn dauer schön ist jetzt wieder frei haben wir in laterne ich habe eine ich habe eine kein zweifel wird er jetzt mit dem team dazu unten ist heilung hat sie noch mal geguckt ja da war nichts mehr in der nähe ja da wird man kurz dass der ausgebrannt ist oder ja hätte ich jetzt auch gesagt von der richtung her würde es ja passen dass der dazugehört hat vielleicht schafft es ja noch eine bounty zu machen dann kriegt ihr wieder euer leben zurück der ersten moment ich muss mir können das wird keiner zugelassen hier wie ist es eigentlich wie lange kann man denn quasi tot sein ist egal solange du nicht brennst ist es egal okay genau das einzige problem ist wirklich halt wenn du wenn du brennst dann müssen wir dich löschen weil jedes jeder chunk der abgebrannt ist der erst letztlich halt auch nur durch ein band ist wiederherstellen ja das wird klar und das ist natürlich ein riesen problem das ding ist glaubt mit dem band ist kann man auch wieder einen wiederbeleben richtig ne nur mit bounty genau du brauchst das bounty dafür ja meine ich ja wir können dich jetzt in bounty wieder aufstellen wer den banish macht ist aber egal die du uns aber halt auch geben habt ne ja für uns an gesundheit das ist halt so was gut zu wissen scheint aber keiner zu kommen oder die kann noch zu dem blackout gehört haben oder sowas was du bist die brennt hier noch fröhlich oder die hoffen dass unser bounty abgeiern und wollen wiederholen und das ist jetzt auch eine möglichkeit ja ist ausgebrannt guckst du dich dann gleich nochmal um ich habe jetzt auch noch zwei sekunden ich habe nur eine wir müssen erst mal an die wieder rankommen dann machen wir so dann gucke ich mich gleich nochmal um wir können über scene a hemlock gehen und dann quasi von hinter denen kommen wenn sie noch da sind hier ist ein trade auch so oft wie du da jetzt die geholt hat scheinbar glaubst du die sind noch mein körper brennt ja die sind noch da würde ich sagen kommst du mit wir müssen da zickig zusammen drangehen ich bin bei dir so wir müssen jetzt ungefähr bei denen sein ich guck noch mal ja ein einer an seiner leiche einer war doch auch da links auf dem hügel ich habe nur einen gesehen sahashi ich habe nur noch eine sekunde jetzt ich habe keine einer im gebäude glaube ich ja genau einer im gebäude den habe ich nicht gesehen und einer unten jetzt kürz jetzt kürz ach das krank oben ja hat ein hit ich weiß nicht ob er down ist nee hab nichts gehört dann hat er ein hit und der andere schießt von dahinten irgendwo ich könnte versuchen dominik aufzustellen wenn du mir deckung gibst das ist der nicht von ach nee warte mal da kann der auch von den unten schießen das ist was das fenster habe ich im blick er kann aber auch von hier schießen ja das habe ich schon im blick draußen nee dann komme ich gar nicht dran jetzt haben wir den links sind halt noch zwei ich dürfte euch jetzt nicht auf diesen einen versteifen da links ja der schuss ging auf mich das glaube ich hinterm gebäude naja uh da ist auf dem hinteren gebäude auf dem dach ja der andere ist Richtung ausgang der hier ist weißt du wir pushen jetzt den einen wartet der eine ist noch da weißt du wo genau auf dem dach wenn wir jetzt das liegt da rum oder ist runter gejumped ja das ist ein punkt gar nichts ich sag dir ist hinten weggelaufen und das ist das ist wieder zu flanken Können wir den abfackeln? Ist hier irgendwas? Ich seh ihn nicht, ich seh ihn nicht, ich seh ihn nicht. Auf dem Dach. Hinten, hinten dran quasi. Ja, das ist auch immer gefallen. Ich seh ihn hier nicht. Ich hab ne Laterne, ich hab ne Laterne. Moment. Hier hinten? Ist das der? Ja, genau. Ja, ja, das ist der. Jetzt haben wir beiden ne Sekunde. Dann machen wir jetzt den anderen. Guck mich mal um, ich hab nichts gesehen. Na, mit ner Sniper kann der sich locker weit genug zurückziehen. Ja, das kann halt noch der mit der Sniper sein, ne? Ich hab jetzt nicht geguckt, was der hatte. Ich auch nicht, ich hab's auch nicht gesehen. Lass uns mal ins Gebäude gehen, bis der ausgebrannt ist. Ne, ich wollte einfach hier am Gebäude, weil der Gieß am nächsten wird. Ja, meine schön, meine schön, meine schön. Achso. Da gehen wir jetzt einfach mal ganz auf Nummer sicher. Ah. Der hat geschossen. Der hat geschossen, aber das war ja im Süden irgendwo. Ja, ja, Rischung, Rischung gleich schon. Willst du der jetzt hin? Ich würd sagen, wir holen uns den zu zweit. Ja, ich müsste aber halt gern wo er ist, ne? Ja. Ja, guck ich dann. Ich guck halt nur erst, wenn wir jetzt sicher sind, dass wir das auch machen. So, ich geh noch mal ein Stück weiter und guck dann. Ja, ja. Straight vor uns. Da hinten irgendwo. Pass auf, versuch du den mal zu machen. Ich versuch, Dominik, aufzustellen. Versuch den mal zu machen. Der ist am Turm. Ja, hat mich getroffen. Gehe ich wieder zurück, Dominik? Ja. Im Turm drin. Ja, obendrin. Das Problem ist, ich hab nix zum heilen. Ich hab gar nichts. Komm her. Der geht nach hinten weg? Ah, ne, 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 mach nicht, mach nicht. Dann geh hier rüber zum Verwahrungswagen. Ne, geht eh nicht. Kommt ihr? Der ist nach hinten weggegangen. Ja, komm einfach mit, Dominik. Wir jagen den jetzt. Du weißt, wo ungefähr ist? Im Turm, ja. Ne, der, der ist aus dem Turm raus. Der ist nach hinten weggelaufen. Ich weiß nicht, ob er schon bei Hemlock ist. Jetzt noch ne Sekunde, wär geil. Ah, Hemlock, hol ich nen Clou und hol mir die Sekunde. Ich brauch nur Deko. Ich bin da. Clou ist rot, der ist hier irgendwo. Hütt. Vielleicht im Gebäude? Ja, das können sein. Ich kann ein bisschen was reinschmeißen. Ja, jetzt auch sonst da auch. Haben wir was reingeschmissen? Oben oder unten? Und unten hab ich reingeschmissen. Hast du oben, oder? Nein. Ich hab oben, aber ich hab keinen Hitmarker bekommen. Sitzt hier drin? Der ist im Gebäude. Ja. Hit. Hab nix mehr zu werfen. Hat sich gewählt. Noch ein Hit. Ist unten, ist unten. Boah, da steht die Zombie drin. Boah, da steht die Zombie drin. Hint weg. Ja. Hint weg. Cool, kurz. Oh, Dominik. Der rennt hinter in den Wald. Ist hier hinten. Wo ist er? Der ist hinten weggelaufen. Der ist hinten weggelaufen. Hier vorne. Hat nen Hit. Wo, wo, wo? Down. Sehr, sehr schön, Mann. Nein. Der Wichser, Alter. Sorry. Alles gut. Im Begriff, aber... Nein. Die haben schon nicht schlecht gespielt, ne? Mhm. Ja, das ist der mit der... Mosin, Sniper. Achso, ich loot da einfach mal, ne? Wegen Sekunden auch. Ja, ich auch. Ja. Also, nur die Sniper kannst du gehabt, haben auch ne gute Waffe. Jetzt noch ne Consumable. Oh ja, die brauche ich. Oh, jetzt hab ich den Bogen aufgenommen. Na ja, geil. Ne, nimm doch die Mosin. Ja, ich wollte ja auch die Mosin aber. So, jetzt hab ich die Mosin. So, dann gehen wir noch zum anderen Bossen. Mal, was hast du jetzt? Jetzt hast du natürlich die Shotgun hingelegt. Naja. Hm. Schwierig. Ja, eher die Mosin, weil du die schwieriger freischaltest als äh... Ist die Crown & King, ja. Die Crown & King, weil die Crown & King bist du ganz normal über die Blutlinie. Und für die Mosin-Sniper muss wahrscheinlich wieder Mosin noch bestimmt irgendwas bei 6, 7.000 EP noch sammeln. Darf ich den anderen Boss erschießen? Von mir aus gerne. Danke. Mir ist grad alles egal. Okay. Aber ich glaub natürlich auch, dass jetzt keiner mehr lebt so. Also, quasi keiner mehr da ist. Weil ich jetzt längst auch in Ruhe den, den Boss machen kann. Also, wenn wir irgendwie Lead-Heads und sowas sehen, da würde ich mich einfach komplett austoben. Ja, ja. Wir müssen unbedingt die Apokat jetzt freispielen. Ja, ja. Es ist so lächerlich, was hier passiert. Oh, was ist los? Ich möchte nicht darüber reden. Ah, ich will's aber wissen. Kommt in Verratung, sei nicht so. Ja, ich wollte einen Armort mit einer Wurf-Axt abwerfen. Dann haut er eine Laterne neben mir kaputt. Und verbrennt sich selber. Das ist doch jetzt ein Witz. Was hast du gemacht? Was war das? Da war eine Bärenfalle aktiviert. Oh, ja. Auf dem Compound im Gebäude. Ey. Oh, jetzt bin ich zweiter durch eine Bärenfalle gestorben. Ey. Läuft bei dir. Ähm. Ähm. Boah, ich wäre gerade weinend durch Zombies gestorben, ey. Okay, du guckst deswegen, du guckst gerade Tim zu. Ja. Achso. Ach, du bist doch tot. Äh, ups. Ich hab das schön gesehen gerade. Scheiße. Ähm. Ja, da dachtest du mal eine Bissung, die ich brauchst und kann Scheiße baut, ja? Keine Ahnung, wovon du redest. Aber das ist eine gute Witz. Ich dachte, das geht mit dem Wiedervernehmen nur einmal. Nein, nein. Das geht immer. Komm mal rein. Wenn ich Feuer feiert, wenn ich renne. Ja, ich muss mal raus. Nein! Nein! Ist das euer Ernst? Ich hatte noch ein AP, weil mich der Boss getroffen hat und da hat mich der Krunt umgehauen. Ach, Leute. Ach, wie kann ich. Warte, ich habe Feuer. Wo ist der? Ich bin ganz tot. Ah, Hashi, du kannst mich schon aufschneiden. Irgendjemand mit Bounty. Ach, geil! Ich war doch ganz tot. Wo ist denn der Boss? Jungs, wir haben wieder voll HP hier. Alter, wir sind so krass. Wir erzählen ja nur keinem, was in unserem Zwischenrat alles passiert ist. Ja, da ist es um Waffen zu reinigen. Oh ja. Könnte ich mal machen. Ich war zwischendurch mal tot. Ja, wieder. Gut. Ähm, ja. Jetzt stellst du dir mal vor, noch so ein 50%iger Bonus. So, ich lasse es jetzt einfach bluten, gell? Wer auch immer das mit der Axt war? Alles klar. Die Minus 500 kriegst du. Kannst du eigentlich wieder aus dir ausziehen? Ja. Blutzt du immer noch? Ja. Aber ich schaff's leider nicht mehr zu verbluten. Oh, das ist ja schade. Ich hab' gelacht, wenn er jetzt nochmal einen Schuss nachgesetzt hätte. Ich hab' kurz drüber nachgedacht. So eine lange Runde für 5 Hunter. Ja, das war ja eigentlich nur der eine, der uns so lange beschäftigt hat. Ja. Ja, ja, ja. Aber einfach gerade 35.000, äh, 35 Level gemacht. Ja, so schnell geht das. Und das war's. Und das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hard Showdown sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann.